Willkommen zurück zu Assemblyline. Und ihr seht, ich habe eine neue Fabrik. Ja. Und ich habe genügend Geld, um den zweiten Teil vom Roboter kaufen zu können. Und zwar hier den Roboter-Kopf. Der kostet 5000 Millionen, also 5 Milliarden. Und wir holen den und ich bin pleite. Super. Wir haben hier die paar Sachen. 200 Aluminium und einen AI-Prozessor. Der ist natürlich super kompliziert. Ja, garantiert ist er super kompliziert. Denn wir bauen immerhin einen eigenen Roboter, der, keine Ahnung, irgendwie künstliche Intelligenz hat, aber keiner weiß, was genau der macht. Weil wir den einfach nur verkaufen und ja, vielleicht beherrscht er schon die Welt. Wir wissen es aber nicht. Wir haben das jetzt jedenfalls und wir haben eine neue Fabrik. Das heißt, ich werde jetzt wieder anfangen, diese Sachen hier zu besorgen. Und es scheint so, als müssten wir pro Sekunde zwei Aluminium hinzufügen. Wir stellen ja pro, äh, alle 100 Sekunden einen Roboter-Körper her. Das heißt, wir müssen alle 100 Sekunden einen Roboter-Kopf herstellen. Das heißt, wir brauchen alle 100 Sekunden einen AI-Prozessor und pro Sekunde eben zwei Aluminium. Für den AI-Prozessor brauchen wir 40 Circuits und 4 Supercomputer. Die Circuits sind nicht kompliziert, aber Supercomputer. Da brauchen wir 30 Computer und 10 Server Racks. Okay. Computer und Server Racks brauchen wir. Wo? Da. Server Rack. Ah, das ist recht einfach. 20 Aluminiumplatten, 10 Aluminium. Da haben wir einen Server Rack. Für den Computer brauchen wir Power Supply und Prozessor. Und für den Prozessor, da, für den Prozessor brauchen wieder. Power Supply. Super. Und, ah, nee, warte mal. Das war ja für den Computer. Entschuldigung. Äh, für den Prozessor. Ah, da haben wir erstmal Power Supply, Circuit und Kupfer, Eisen, Drähte. Und da ist der Prozessor, Circuits und Aluminium. Das sollte so ziemlich alles sein. Also, wir sollten das auf jeden Fall hinkriegen, denke ich. Ich glaube, das ist sogar sehr viel einfacher als der Körper, weil wir eben nur eine sehr teure Sachen brauchen. Wir brauchen einen Prozessor statt einen elektrischen Motor und einen elektrischen Generator. Ich denke mal, das wird eine etwas kürzere Folge, vielleicht so 10 Minuten, keine Ahnung. Jedenfalls werde ich mich jetzt mal dran machen, die ersten paar Teile für diesen Kopf zu besorgen. So, wir haben jetzt den allerersten und einfachsten Teil fertig, und zwar den Server Rack. Und wir schauen uns das mal an. Für einen AI-Prozessor brauchen wir vier Supercomputer. Und pro 100 Sekunden brauchen wir einen AI-Prozessor, also brauchen wir 100 Sekunden für vier Supercomputer. Vier Supercomputer und 100 Sekunden, das sind alle 25 Sekunden ein Supercomputer. Und 25 Sekunden, also 10 geteilt 25 sind 0,4. Wir brauchen also 0,4 Server Racks pro Sekunde. 0,4 mal 10, das sind natürlich 4. Und 0,4 mal 20 sind 8. Das haben wir hier. Und zwar haben wir hier diese vier Starter. Die starten jeweils... Oh, da habe ich es tatsächlich vergessen. 2 Aluminium. Und da habe ich es auch vergessen. Super. Die verteilen das dann auf diese beiden, diese 4, diese 8 von denen hier. Das heißt, wir stellen pro Sekunde 8 von diesen Platten her. Und hier haben wir noch zwei Starter mit 2 Aluminium. Das heißt, wir stellen auch pro Sekunde 4 Aluminium her. Und so sollten wir alle 0,4 Server Racks pro Sekunde bekommen. Und das ist der allererste Teil. Und so ziemlich das Einfachste. Wir brauchen nämlich noch Computer. Und davon brauchen wir gleich dreimal so viel. Und die sind noch sehr viel komplizierter. Also, machen wir uns an die Arbeit. Und dann gehen wir gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020